servus leute was geht herzlich zurück zu einer neuen folge wissen hier stehen geblieben dass wir die clowns fangen mussten und zwei von drei haben wir schon mal und jetzt haben wir den hinweis bekommen dass der dritte clown am dock ist als ich am hafen und da werden wir jetzt hinfahren wollte ich gar nicht ich baue ein neues auto und das geil ist wir können jedes auto nehmen wir polizist sind ja der ist doch scheiße der lkw aber der ist doch ganz schnell okay okay auf seite war gekommen straßenbahn fahren das wäre krass so fahren kann ich nicht alles klar sauber bis wir ankommen ist auch noch kaputt und sagen müssen gleich da hier war noch als erstes als wir in die stadt gekommen sind so wird zum angekommen dass der frachter jetzt kommen wieder da hoch gehen und dann kommen wieder mit unserem ipad schauen wo der ist so wie komme ich da hoch jetzt ganz easy einfach ein parcours machen let's go leute schauen mal wo er oder ist ich glaube ich habe ihn auch schon direkt doch nicht dass eine möwe chillte da oben vielleicht ist irgendein alter sack auch nicht das war auch nicht ach war es ja doch ach so weil er keine wie soll ich denn da reinkommen dem er auf hatte ohr doch zu sterbe servus auf dieser können sie mir ein gefallen tun ich muss das tor aufkriegen mach ich doch gern prima mir nach freilich so dann folgt man im typen mal ok nochmal dahin gefährt uns jetzt hoch gehen sie sauber ah ja wieso hat der das jetzt nicht gemacht einfach klettert ein bisschen weißt ok einfach weg direkt aus meiner hand da kann man auch noch lang was gibt es da da gibt es so ein stein sauber doch nicht komm ich hier wieder hoch hier oder ich hoffe mal ich hier hochkomme scheiße was mache ich jetzt und jetzt muss ich wieder ganz außen rum gehen toll leute nur wegen euch nur weil ihr so geldsüchtig seid egal hier haben wir auch noch ein paar Münzen eingesammelt da gehen wir nochmal aus oben aber der Legerstein bringt glaube ich 10k ne das ist saukrass was der Finger äh Finger bringt äh Verzeihung wie komme ich bitte auf den Frachter ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest prima danke das passiert sobald meine Mittagspause vorbei ist ok also nie weil mir eine Möwe mein Sandwich gemobst hat ich gehe es für sie suchen sie erkennen mein Sandwich an der Größe die Sandwich zu haben ach komm was der Typ alles macht für die Leute ne schon echt krass falls Gurke drauf ist ist es nicht mein Sandwich ahja falls Wurst und Marmelade drauf sind ist es mein Sandwich schau haben wir das schon gefunden Sieht ein wenig eklig aus Mainz war Larry der Typ der Laufschiff hilf ihr mal klar doch Boss das ist saukrass vieles ist aus Lego und dann kommt so die ganzen anderen Sachen sind aus normalen Texturen weißt ganz schön wackelig oha wie schnell mach mal langsam aha ah ok ein Polizist nicht bloß irgend einer bin heute in Spitzenform naja werden wir mal sehen ne also schwimmen kann er nicht ne egal dafür springen wir einfach wenn du nichts dagegen hast müsste ich dann mal los naja halt den Namen des Gesetzes genau bleib stehen den 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 komm 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 drei von drei haben wir noch geschafft sehr schön Fall beendet Oha sehr gut Eingehaut von der Vergangenheit schön schön so jetzt haben wir wieder einen Anruf na hast du diese Clowns schon geschnappt? ja chief dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Orborn Bay Brücke diese Anfänger haben es versaut schlimmer kann es nicht mehr werden wie komm ich da hin wie komm ich da hin äh ich brauch ein Auto 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 sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben ha 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 weil sie doch als clowns verkleidet waren komm Gebäude kann wie beim Zirkus ja sie aus vielen 10 jaist gut die kann so zu verstanden auf den Gordag Blaulicht oder so Faktus Ich fahre ich eigentlich wie den Umweg Wieso machen die das nicht? Ah, deswegen kommen wir da nicht lang Verstehe, verstehe Oh mein Gott, sind wir Rennfahrer So Was jetzt unsere Aufgabe? Sauber Kontrollpunkt abgeschlossen Oh mein Gott, sind die blöd Wir haben schon echt dumme Kollegen, ne? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge Du links und nach vorn Du rückwärts und rechts Du links, dein rechts und noch mal leicht links Du weiter wie gehabt Ich liebe es Ja klar Freilich Ba 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 Entschuldigen Sie Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen Oha Oha Alter, jetzt geht's aber ab bei denen, ne? Oha Natalia Oha Achso, ich dachte, hier wäre der noch drinnen, Alter Mein Wagen ist Schrott! Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert Lass das Süßholzgeraspel Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben What the fuck? Süßholzgeraspel Du warst damals nicht blond Du, äh Ich geh jetzt noch zu Dad, verabschiede mich Und dann verlasse ich Lego City Seh ich dich wieder? Nein! Oh Und jetzt? Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh Ein Wagen geriet außer Kontrolle Keine Sorge Hab mich drum gekümmert Okay Ahja Aber ich brauche einen neuen Wagen Meinen habe ich, äh Verloren Eigentlich War das nicht mal meiner Keine Sorge Bei fünf ist es im Schnitt zwei pro Woche Oha Beim Himmels nördlich von dir Befindet sich eine Fahrzeugrufsäule Ist aber schon länger außer Betrieb Und ich soll sie jetzt reparieren Bist ein schlaues Kerlchen, Chase Ich laufe immer in die Gegensätze Richtung Ist euch das schon mal aufgefallen? So Dann mach mal den Job Dann sind wir Elektriker Alles sind wir Ah Dinner Servus Äh, hallo Ich suche diese alte Rufsäule Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit Siehle nur die Zapfsäulen an Alle zerstört Und unter Zapfsäulen keine Kundschaft Aber dank unserer berühmten Eierpastete Ist das Gegenteil auch nicht wahr Reparierst du die Zapfsäulen? Soll es dein Schaden nicht sein? Das kriegen wir doch hin Vier Stück! Alter! Das gibt Kohle Bam! Ich bin ruiniert, sag ich dir! Ach Quatsch! Schau mal! Haben wir schon aufgebaut Oktan! Fertig ist die Kacke! Großartig! Der Imbiss ist gerettet! Was möchtest du? Eiscreme? Einen Hotdog? Einen Eiscreme Hotdog? Boah! Das wäre geil! Ich habe schon aufgebaut Ich gebe dir diesen Superstein Den Eingang reparieren der Rufsäule Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein Ziele erreicht Okay Acht Kano? Zehntausend gibt der, ne? Das ist echt cool Lass mich mal die Münzen aufsammeln Hallo! Geht doch Oh, ich hasse es Ja So So Boah! Vierundfünfzig goldenen Steine! Krank! So was rum und sind für eine Karre Geil Oha Wie viel kostet denn das? Einen Rot sogar! Geil! Sauber Die müssen Kohle haben Die Polizei Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange Auf dem Lego City Funkhaus Haben sich Verbrecher verschanzt Und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen Ich kann nicht fliegen Das ist dir doch klar, oder? Äh, ja Aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen Die könnten sich als nützlich erweisen Und zu ohne Fällen führen Deshalb benutzen wir sie nicht mehr Weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist Ist es natürlich nicht Super! Ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist Jetzt zeig mir doch die Karte Geht doch Geht doch So, dann fahren wir mal zum nächsten Auftrag Wir haben ganz schnell was zu tun hier Neee Ah, wir müssen... Oh fuck Wir haben mehr Einsatz, ne? Ah, jetzt Hab schon die Taste gesucht Oh weh Oh, es gibt immer Kann man da runter fahren? Oh oh Natürlich kann man überall durch Seide bitte So, jetzt sind wir auch schon da Perfekt Alles klar Leute Geil Geil Wie groß die Map bitte Harry ist der Name Und ich weiß alles über dich Verzeih meine Offenheit Aber ich weiß von deinem Fehler Dich aber deswegen gleich zu versetzen Fand dich ein bisschen heftig Vor allem da du den Zeugen zum Reden gebracht hast Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt Sowas Dummes passiert mir nicht nochmal Ja Wo wir schon Davon reden Alles okay Haben sie zufällig ne Wurfhakenkanone? Klar hab ich die Indem wir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen Na ja Dann probieren wir sie halt mal, ne? Alter Wie groß der Fisch Boah, Digga Na gut, ich muss da mal los Ein paar Verbrecher schnappen Klar Viel Glück mit deinem neuen Spielzeug Die sind gar nicht leicht zu handhaben Geil Neue Spielzeugfolge Und das probieren wir in der nächsten Folge aus, Leute Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann hoffentlich schon wieder in der nächsten Folge Haut rein, ciao!